Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Aber du solltest die Seiten enger machen Und die Ärmel könnte man mit rotem Stoff verlängern Ich wusste, da fehlt noch was Wirklich toll Danke, ich werde das ändern Ich verkneife mir jetzt mal die Dinge, die ich gerne sagen würde Die wären Dass du unserem Gegner nicht helfen solltest Okay, sag einfach nichts Und wie ich es mir dachte, arbeiten wir wunderbar ohne Bianca Das ist einfach unglaublich Denk nur, wie viele Motorräder ich damit hätte kaufen können Wo sollen wir anfangen? Jeder da, wo er will, oder? Klar doch, heute darf jeder das tun, was ihm gefällt Kreatives Chaos, das mag ich Ich mag's nicht, aber bitteschön Ich werde Maß nehmen Da bin ich penibel Ich komme auf ein tausendstel Millimeter Ja, nur bist du gerade ein kleines bisschen langsam Warum gibst du das nicht, Nausica? Hä? Das kannst du vergessen mit dem Meta-Maß Das mach ich nicht Kreatives Chaos Heute macht jeder, was er will Stimmt's? Stimmt Aber ich dachte, vielleicht könnte uns ja hier ein bisschen Organisation helfen Wir müssen doch spontan sein Und darum Nehm ich heute Maß Ich hab Lust drauf Nein, das kann ich besser Ja, aber du bist zu langsam Nur präzise, das ist was anderes Leute, Schluss jetzt Von mir aus, ich schneide Nein, Nausica, lass das Welchen Stoff wir zuerst verarbeiten, entscheiden wir zusammen Äh, wer sagt das? Schluss jetzt, Leute Unser kreatives Chaos ist viel mehr Chaos als kreativ Dir fehlt das kleine ABC des perfekten Tyrannen Das brauchen wir nicht Ganz sicher nicht Ich bereue meine Entscheidung Vielleicht lag Bianca doch richtig Luxi 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 Wo bist du denn? Luxi Wenn der Glitzerknochen nicht gut ist Dann können wir auch einen mit Pajetten machen Luxi Nichts Nein Luxi Untertitelung des ZDF, 2020